Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute geht es um Litecoin. Litecoin ist eine, naja, möchte man schon fast sagen Generation 1 Kryptowährung. Das heißt, wir kommen jetzt so langsam wieder in die nicht so interessanten Gefilde. Wobei Litecoin tatsächlich doch sehr, sehr aktiv getradet wird und eine sehr aktive Community hat. Das heißt, es gibt auch viele Anhänger und die möchte ich natürlich nicht vor den Kopf stoßen. Ich persönlich halte nur leider nicht ganz so viel von der Coin, aber da kommen wir sofort drauf. Im Endeffekt ist Litecoin Bitcoin mal 4, denn im Endeffekt hat sich nicht viel geändert. Wir haben einen Proof-of-Work-Algorithmus, der jetzt wie bei, also Bitcoin benutzt Shade 256 und das ist bei Litecoin anders. Wir benutzen jetzt hier S-Crypt. S-Crypt ist ein Algorithmus, der eigentlich zum Passwort-Hashen gedacht war, war ursprünglich mal, damit die Passwörter sicher verwahrt sind sozusagen auf dem Server und nicht einfach so für jeden Angreifer zugänglich und ist daher ein sehr langsamer Algorithmus. Das ist gut, vor allem weil der Algorithmus gleichzeitig noch einige andere Mechanismen hat. Man kann ihn quasi nicht auf der Grafikkarte ausführen. So, jetzt muss ich ein kleines bisschen in Mining ausholen. Bei Bitcoin ist es folgendermaßen, man hat angefangen auf der CPU, auf eurer ganz normalen Recheneinheit in eurem Computer, Mining zu betreiben. Das Ganze ist dann ausgeartet, manche Leute haben sich das auf die Grafikkarte übertragen und das war bei Shade, also bei Bitcoin, Shade 256, sehr, sehr gut möglich. Das heißt, auf der Grafikkarte war halt einfach mal ein Speed-Up von mehreren Faktoren, 100 oder sowas möglich. Sprich, jeder, der auf der Grafikkarte gemeint hat, Bitcoin gemeint hat, der war halt deutlich besser als diejenigen, die auf der CPU gemeint haben und alle, die auf der CPU gemeint haben, mussten umsteigen auf Grafikkarte, weil sie sonst quasi nichts mehr davon hatten, einfach quasi keinen Anteil mehr. Also, die Leute, die dann auf der Grafikkarte waren, hatten wieder alle gleiche Rechte. So, dann ging das weiter bei Bitcoin und man hat sich sogenannte ASIC-Miner zusammengestellt. Das sind Mining-Geräte, die wirklich nur dazu da sind, um, also die haben wirklich den Algorithmus Shade 256 in Hardware gegossen. Mehr ist das nicht. Das ist wirklich, diese Einheiten können nur Bitcoin minen oder Shade 256-Hashwerte berechnen. Und das ist, das ist einfach komplette Hardware-Verschwendung und das denken sich so ziemlich alle in der Crypto-Community und deswegen, wenn man Proof-of-Work verwendet, dann benutzt man heutzutage bei den coolen Coins, sozusagen bei den neuen coolen Jungs, ähm, die, oder den Hashwert, äh, die Hash-Funktion S-Crypt. Denn damit braucht man eine CPU. Man muss quasi auf mehrere Bestandteile des Rechners zugreifen, was man mit einem ASIC-Miner oder einer Grafikkarte nicht machen kann. Sprich, es ist unmöglich, diese ASIC-Miner zu verwenden, die einfach nur unfassbar viel Leistung verbrauchen und so das Ganze, den ganzen Umweltfaktoren noch um ein Vielfaches schlimmer machen. Ähm, Bitcoin kann man mittlerweile gar nicht mehr auf, äh, auf einer Grafikkarte oder auf einer CPU minen, weil einfach, es lohnt sich nicht mehr. Man bekommt nichts dafür. Während bei Litecoin kann man nur auf einer CPU minen und deswegen ist es gar nicht mal so schlecht. Joa, ähm, allerdings natürlich trotzdem Proof-of-Work. Das bedeutet für uns, es ist trotzdem noch schlecht für die Umwelt. Nicht ganz so schlecht wie Bitcoin. Lang nicht so schlecht wie Bitcoin. Muss man fairerweise dazu sagen, aber es ist immer noch schlecht. Man hätte Alternativen, man hätte zum Beispiel Proof-of-Stake und müsste gar nicht mehr auf sowas zurückgreifen. Und außerdem haben wir nur viermal so viele Blöcke. Das heißt, deswegen habe ich ja auch Bitcoin mal vier hingeschrieben. Wir haben eigentlich in Litecoin viermal so viele Blöcke. Das heißt, es wird nicht ein Block alle 10 Minuten erstellt, sondern ein Block alle 2,5 Minuten. Und es werden dadurch natürlich auch viermal so schnelle und viermal so viele Transaktionen, äh, in die Blockchain reingepackt. Das heißt aber auch gleichzeitig natürlich, dass die Litecoin-Blockchain viermal so groß ist. Und das, naja, also statt drei bis sieben Transaktionen pro Sekunde hat man jetzt halt hier einfach viermal so viele. Sprich, 12 bis 28 Transaktionen pro Sekunde. Das ist immer noch viel zu wenig. Das ist ungefähr Ethereum-Material. Äh, da gibt es deutlich bessere Alternativen. Gut, man muss fairerweise auch sagen, Litecoin ist eine recht alte Coin, ähm, die stark auf Bitcoin basiert. Und Sachen wie The Tangle oder Nio oder sowas waren damals noch nicht möglich. Aber, wie gesagt, ähm, ich stelle sie hier nicht nach dem Alter vor, sondern im Endeffekt nach der, nach der Bekanntheit oder nach der Beliebtheit. Und, ähm, ja, also im Endeffekt nicht wirklich viele Neuerungen bei Litecoin, aber trotzdem zwei sehr wichtige Neuerungen. Man hat eingesehen, dass Bitcoin einfach nicht gut genug skaliert. Und man hat eingesehen, dass Proof-of-Work definitiv nicht auf ASIC-Minern stattfinden sollte, sondern eben nur auf der CPU, damit man wenigstens so ein bisschen was für die Umwelt tut. Alles klar, das war's von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.